L'Angelo Andrévis war ein englischer Gelehrter, Theologe und Prediger. Leben Andrévis stammte aus einer angesehenen Familie aus der Grafschaft Suffolk. Sein Vater, Thomas Andrévis, war Master im Trinity House. Er studierte von 1571 bis 1578 Theologie an der Universität Cambridge und promovierte als Magisteratium. Andrévis erregte die Aufmerksamkeit der Königin Elisabeth I. Durch seine Predigten gelangte aber erst unter König Jakob I. Zu Einfluss. Nacheinander wurde er Bischof von Chichester, Illy und Winchester. Andrévis nahm an der Hampton Court Konferenz teil. Die Vorbereitung wichtiger Abschnitte der englischen Bibelübersetzung wurde ihm übertragen. Und mit Kardinal Robert Bellarmine führte er eine schriftliche Diskussion über die königliche Gewalt. Ungeachtet seiner Opposition zur römisch-katholischen Kirche wandte er sich gegen die kalvinistische Interpretationen der Puritaner und beeinflusste die Gestaltung festbegründeter anglikanischer Lehrsätze und Riten. Gedenktag In der anglikanischen Kirche gilt jeweils der 25. September als L'Angelot Andrévis Gedenktag. In der anglikanischen Kirche